I would search Two lines that were made to merge Don't make me miss the rush Take it to the clutch I wanna hear that roaring sound When I walk I will shake the ground Ja, willkommen zurück bei Twings Prophet Oh, hier ist irgendein Händler Kommst du hin? Ja Was steht an Alles schon wieder klar So hast du mir kaum Sachen verkaufen Brauche ich nicht Brauche ich nicht, das war's behalde ich Verfeinerungssens, behalde ich mal Aluminium als Kristall brauche ich nicht Brauche ich nicht Kann ich nicht verkaufen oder was? Kann ich anscheinend nicht verkaufen Kann ich anscheinend nicht verkaufen Aber mal Ausrüstung gabarieren Kriege ich dann da irgendwo Ausrüstung von? Na Gucken Na Wenn's mit dem Dungeon nicht klappt Weil ich will's den Dungeon nicht probieren Rufen wir uns in den Wienkfé dazu Ah Da Kann man so Kann man so Kann man so Kann man so eins auflegen Wo ist der da? Take care Take care Dann bin ich ein bisschen dunkel Dann bin ich ein bisschen dunkel Gut Dann ist dieses Kapitel eigentlich auch schon wieder abgeschlossen Und hier Es hat leider mein Level 69 verloren Aber damit muss man trechnen Deshalb Ignorier den Hund Wie immer Wie immer So Keine Eisen geht da an Oh Kann man noch ein König sein? Kann ich, danke So, Maße auf Krieg Also 1 hier ist das einfachste Entschuldigung, ich brauch keine Aufhauen davon Oh Gott, da hab ich schon Aber egal Ah, ich hab mir leider auch noch Drogen Ja was, ich hab mich gleich viel mehr schaden Ich hab mich noch nicht 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 Kann man auch mal machen Ich hab mich noch nicht 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 Soh... Soh-hoh-hoh Ah, nehmt, Junge, da kann ich mir hier vorbeischleichen Ah, ich krieg noch so Mh, brauche ich nicht Da kommt mir nix hinterher So Die Endel Hmm Die Endel 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 Äh Was sind das bitte für ein Riesending da? Die Endel 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 Da halte ich immer noch ein Stück weit aus. Ich sehe schon wieder nichts. Okay. Gut, dann beende ich hier mal die Folge und wir sehen uns dann gleich wieder.